Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 16. März. Heute haben wir dabei Twitter, Facebook, Baidu, Clubhouse und Signal. Beginnen wir mit Twitter. Die ermöglichen jetzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung über einen Hardware-Schlüssel und zwar nicht nur über einen, sondern über zwei. Also ihr könnt unterschiedliche Hardware-Schlüssel, beispielsweise so einen kleinen Stick halt auch am Laptop installiert haben und den da nutzen und dann mobile zum Beispiel einen anderen mit eurem Smartphone. Schöne Sache, denn Zwei-Faktor-Authentifizierung ist natürlich eine gute Sache, empfehlen wir im Geek Talk ja auch regelmäßig. Also nutzt die Möglichkeit, ein Hardware-Key ist da eine sehr gute. Nächstes Thema, Facebook. Die haben jetzt in Australien eine Vereinbarung mit der News Corporation getroffen, um deren Nachrichten zu verwenden. Die haben sich da schon ein bisschen länger gestritten. Teilweise hatte Facebook sogar blockiert, dass Nutzer Inhalte von News Corp, Zeitschriften, Zeitungen online auf Facebook teilen können. Und jetzt gibt es einen Drei-Jahres-Deal und Facebook kann mit den Neuigkeiten aus den diversen Publikationen der News Corp ihren Facebook News Tab füllen. Nächstes Thema, Baidu. Das hatten wir schon mal. Baidu testet nämlich autonomes Fahren, also fahren ohne ein Fahrer. Das Auto fährt selber und bislang waren da immer entsprechend auch noch Menschen drin, die vorsichtig geguckt haben und eingreifen konnten. Und jetzt haben sie weitere Lizenzen bekommen. Sie können zehn komplett fahrerlose Autos auf den Straßen testen und sie dürfen das jetzt auch monetarisieren. Also die Taxis gab es bislang auch schon. Da wurden aber dann die Fahrten umsonst angeboten. Man konnte einfach sich ein Taxi nehmen und wurde dann von A nach B gefahren von dem Auto. Hilft natürlich bestimmt auch bei der Adaption, dass die Leute sowas annehmen. Und jetzt haben sie auch eine Lizenz, dass sie das auch sich bezahlen lassen dürfen. Also Robo-Taxis sind jetzt Realität. Also es wird viel getestet und wir halten euch dann natürlich auch weiter auf dem Laufenden. Nächstes Thema, Clubhouse. Die sind mittlerweile auch in China gebannt gewesen und jetzt sind sie auch im Oman gebannt. Ja, also keine Sprachschätzegruppenrunden mehr auf Clubhouse im Oman. Hat wahrscheinlich was mit Freedom of Speech zu tun. Der Oman ist ja jetzt auch nicht gerade der Vorreiter. Und gibt natürlich dann wieder eine Begründung, die kann man jetzt annehmen oder nicht. Eigentlich wollen sie einfach nur nicht, dass sich Leute dort austauschen können. Und wo wir schon gerade in dem Thema sind, auch in China wurde wieder etwas gebannt. Und zwar der Messenger Signal. Der ist jetzt auch nicht mehr verfügbar. Die Webseite schon seit gestern nicht mehr. Jetzt seit heute auch die App. Man kann sie nicht mehr runterladen und sie funktioniert wohl dann auch nicht mehr, außer man würde einen VPN einsetzen. Denn zum Beispiel auch Twitter und Facebook funktionieren ja nicht. Oder Instagram in Mainland China. In Hongkong sieht es anders aus. Und auch da gibt es dann wahrscheinlich wieder Gründe, die man ja mit Vorsicht genießen muss. Ob es dann wirklich so ist oder ob einfach nie der Austausch zwischen den Bürgern verhindert werden soll. Das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen großartigen Dienstag. Bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.